Heute habe ich Kohl's, Verlegung in den Jago Kohl's, ich sag jetzt film mal hier, Kohl's Donnerbike. Darf ich mal den Kohl raus? Ach nee, den Kohl lass ich mal lieber drinnen. Der Kohl ist hier mit seiner Wurststerne, der kann damit die Geister besiegen. Der Kopf bleibt auch nicht richtig drin. Da hat er ein bisschen seinen Mund verloren. Und hier hat er noch seine neue Waffe und sein Donnerbike kommt das später. Hier sind die beiden Screamers, die sind auseinander, aber ich dachte, so kann ich die nehmen, dass die nicht so auseinander sind. Und hier ist Kohl mit seinem Geisterdrache. Der Kohl hat auch eine Mundmaske. Der Kohl hat eine normale Maske und der Kohl hat eine Mundmaske und der hat noch so ein Hut und noch so ein Schwert. Jetzt kommen wir zu dem größten Teil. Das Donnerbike, das hat zwölf Abschüssen, sechs da, sechs da, sechs plus sechs ist zwölf. Die schießt echt weit, die kann man auch verlieren. Ich habe nicht eine verloren. Aber das war es auch für heute. Bis zum, ach ja, sein Donnerbike hat noch sowas. Autsch, das tut mir echt weh, aber nicht nachmachen. Ja, das könnt ihr noch machen, aber es tut nicht weh. Bis zum nächsten Mal, aber tschüss. Tschüss.